Ich nehme mal an, Bankräuber werden in dieser Welt nicht mehr so hart bestraft, deswegen schauen wir uns doch einfach mal die Westlake Bank an und gucken mal, was sich da so mitnehmen lässt. Auch hier war ich glaube ich schon mal drin und hab dann tatsächlich nicht gesehen offensichtlich, dass es hier einen Weg gibt. Ja, ich war mal wieder ein bisschen blind unterwegs, Leute, aber jetzt war ich gerade dabei, hier im letzten Part noch die ganzen Fragezeichen abzuarbeiten. True. Pfff, das wollte ich gerade sagen, das sagt überhaupt nichts. Okay, apropos gefällt mir nicht, jetzt ist es schon wieder sacke dunkel drin. Ich finde die Taschen dafür müsste ein bisschen heller sein. Und ich habe die Ehrlichkeit schon auf plus drei gestellt tatsächlich, also. Ja, es ist wirklich ein bisschen dunkel. Okay. Das sieht ja fast aus, als hätte ich hier mal in einer absichtlichen Loch eingesprengt. Ich weiß gar nicht. Wir können wirklich entscheiden, ob es uns das wert ist hier. Okay. Ich habe gesagt, jetzt wo ich schon hier bin, will ich auch... Das sind alles Klicker, oder? Ne. Scheiße. Uns als Klicker wären wir cool, hätte ich einfach einen Motorhof geschmissen und gut wäre die Kiste. Oh, der kommt hier rüber. Das ist eigentlich gut, wo der gerade hingeht. Oh, da vorne. Shit, das habe ich nicht wahrgenommen. Das war so knapp. Dammit, war das knapp. Ey. Okay. Ich muss den hier greifen, wenn er rüberkommt. Er kommt nicht rüber, okay. Ich muss ihn trotzdem greifen. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Oh Mann, die scheiß Waffe hat mich zu... Scheiße langsam... Russrhythmus. Russrhythmus. Ich habe den scheiß Revolver ausgerüstet. Warum hat der mich gesehen? Beziehungsweise gehört. Das war ein Klicker. Warum hat der mich gehört? Ich muss mal die scheiß Pistole ausgret damit. Der Revolver bringt mir original gar nichts. Okay. Warum hat mich der Drecks-Klicker gehört? Können wir den... Ah, ne, kann ich nicht holen, weil da vorne einer läuft. Ah, wobei doch, der ist weit genug weg. Ich glaube, den kann ich mir trotzdem holen, den Klicker. Oder? Oh shit, da vorne ist ein Runner. Es ist riskant, was ich hier tue. Weil der sich jetzt umdreht, habe ich ein Problem. Wobei, ich stehe im Schatten. Vielleicht sieht der mich nicht. Tut er echt nicht. Selbst wenn der mich jetzt ist, glaube ich, ist der Letzte. Oder sieht mich nicht. Ist das der Letzte? Lass mich erst mal gucken. Ich weiß nicht, dass gleich ein Klicker von hinten kommt. Das wäre jetzt echt unangenehm. Sauber. So war das eigentlich auch vorhin geplant. Ich weiß nicht, wieso mich der Drecks-Klicker einfach gesehen hat. Also, beziehungsweise gehört. Ich weiß, dass Klicker mich nicht sehen. Lol. Ähm. Keine Ahnung. Das waren alle. War weird. Tja. Das ist die Bank. Was sind das für Westen? Was? Das sind doch keine Soldaten. Ja. Weiß nicht. Westen? Was für Westen? Keine Ahnung. Okay, ja, dann schauen wir mal, ob das jetzt wert war hier. Den Stress. Ich hoffe doch mal. Ich meine, wir haben uns aber jetzt keine Munition verbraten. Aber. Umsonst möchte ich hier eigentlich auch nicht mein Leben den Viechern in die Hand schmeißen. Von daher. Ich nehme manchmal so wieder hochkommen, oder? Von da komme ich. Okay. Dann muss es ja irgendwo hier weitergehen. Da ist eine Tür. Die ist aber verbarrikadiert. Aha. Gucken, was es hier noch Schönes gibt. Ja, einen leeren Schrank. Cool. Das heißt, ich sollte vielleicht mal alle Schrecken abstecken. Ja. Schon wieder voll? Dein Ernst? Wieso kriege ich so viele Lumpen, ey? Ich habe zu wenig Alkohol. Wird es sich jetzt nicht lohnen, daraus was zu basteln, ehrlich gesagt. Dann hätte ich den allen Alkohol lieber auf. Ach, hier ist eine Tür. Ja, moin. Riesige Tür. Ich sehe sie nicht. Ah, hier ist eine Tasche. Lass mich raten. Das wäre nur ein Brief drin. Fast. Tresor 60 2306. Tatsächlich. Das ist wie dieser Film. Welcher? Feed. Der mit den Surferbankräubern. Oh ja. Ich liebe diesen Film. Surferbankräuber? Okay. I don't know. Ähm. Interessant. Als ob hier echt Bankröber waren, während die Welt zu scheiße gegangen ist. Das ist ja auch ein Witz, oder? Ah, nein. Wahrscheinlich nachdem die Welt scheiße geworden ist. Aber die wollten halt das, was hier dann eingeschlossen wurde. Die Bank war wahrscheinlich noch in Verwendung. Ich habe es natürlich nicht gemerkt. 60 20 23 oder so? Ich weiß es nicht. Ähm. 60 23 06. Ich war nah dran. Also. 60. 23. Ups, Alter. Nicht durchdrehen hier. 23. 23. 0. 6. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Das muss sich ja jetzt hoffentlich lohnen. Das muss man. Nein, da jetzt Infizierser drin sind, Alter. Das war ne Bank ofS Bunde, brown. Ich hatte alle Tage, ne? What? Well, das hat sich gelohnt. Ja, moin. Hat zwar genauso wenig Schuss wie mein anderes Scheißgewehr. Aber ist okay. Okay, dann war das vielleicht doch ein Überfall, bevor die ganze Scheiße zu Scheiße geworden ist. Weil, naja, damit können die jetzt nichts mehr anfangen. Diese Scheiße, ich sollte nicht mal hier sein. Die verdammte Nils hat mich belabert. Hat gesagt, die Polizei wäre zu beschäftigt mit den ganzen Kranken, die über dir rumlaufen. Hat gemeint, das wäre ein Kinderspiel. Aber seid ihr dumm? In der Zeit, wo das schon klar war, das hier alles richtig zu Richtung Scheiße geht, habt ihr Geld geklaut? Gut, aber wahrscheinlich gerade noch der Zeitpunkt, wo Geld noch was gebracht hat. Hat gemeint, das wäre ein Kinderspiel. War ja klar, dass diese kranken Arschlöcher hier auftauchen mussten und dann alles schiefgelaufen ist. Ich habe einen von Kyle weggezerrt, der hatte mir fast den Arm abgebissen. Und dann habe ich meine eigenen Leute hier eingeschlossen. Die Kops werden bald da sein. Nein. Wenn ich untergehe, gehen meine Freunde mit mir unter. Ich werde es in Zeitungen erzählen, im Fernsehen. Verdammt nochmal jedem, der es hören will, dass Kyle Peters, Leon Travis und Neil Grant gottverdammte Feiglinge sind. Sie wollten die Bank am Ausbruchstag ausrauben. Kam ihnen wahrscheinlich schlau vor. Dumm gelaufen, ja. Ja, das war nicht so smart. Aber immerhin hatten sie kein Problem mit der Polizei. Also, Glück gehabt, I guess. Ja, okay, neue Waffe. Gut, ist nett. Aber ehrlich gesagt bringt mir die jetzt aktuell nicht so viel, weil ich habe halt nur einen einzigen Schuss für das Ding. Und, naja. Holy shit, wo kommen denn die jetzt her? Gott sei Dank ist das andere ein Clicker. Ansonsten wäre ich jetzt pretty much fucked gewesen gerade. Weil die beide so von gerade auf mich zugegangen sind. Sie wollten hier gerade rausrennen. Wo kommen denn die jetzt her? Ey, wenn das andere kein Clicker gewesen wäre, ne? Ich möchte die Pumpkin jetzt eigentlich nicht hier ausprobieren müssen. Weil ich habe halt nur einen Schuss für die. Das würde sich jetzt echt nicht lohnen. Komm her jetzt. Alter Schwede. Ihr Dreckssäcke. Also, die wollten es mir echt nicht leicht machen mit der Waffe hier, ne? Das war jetzt nochmal so richtig so. Ja, gut, du hast jetzt eine neue Waffe, aber du kriegst ja vorher nochmal Gegner. Meine Fresse, ey. Warum die denn her? Okay, ja, gut. Jetzt hoffe ich mal, dass wir auch irgendwann Munition dafür kriegen. Was würdest du von dem Geld kaufen? Ich weiß nicht. Vielleicht eine große Farm? Aber du kannst jetzt eine Farm haben. Okay. Was würdest du kaufen? Ein Raumschiff? Oh, ach ja. Dein Astronauten-Ding. Hey, das ist cooler als eine Farm. Eine Farm ist viel praktischer. Das stimmt. Da gebe ich hier recht. Vor allem, für ein Raumschiff brauchst du schon eher eine Menge Geld. Eine Farm ist actually realistisch. Okay, Leute. Cool. Ja. Dann würde ich mal sagen, machen wir uns jetzt endlich mal ab zum Fuck-Federator. Ja, wie gesagt, ne, Schrotflinte hilft uns halt nicht so viel, solange wir keine Munition dafür haben. Von daher hat sich das halt wirklich nur so semi gelohnt. Aber ist okay. Ne, man beschwert sich ja nicht. So, ähm, darf ich mal ganz kurz blöd hinterfragen? Ah, ja, okay. Ist genau dieses Tor hier wahrscheinlich. Die Stadt ist groß. Wir haben gerade erst angefangen. Ja, ich weiß. Ich dachte, nur, es ginge schneller. Vielleicht ist es gut, dass es nicht schneller ging. Ganz ehrlich. So, äh, wo war der? Wie heißt nicht, was ist der noch gleich? Nicht Transformator, nicht Kondensator, sondern... Wie heißen die Dinger? Na, dann... Ich weiß es nicht. Generator, danke. Das andere Ding mit Arthur halt, ne? Scheiße, Mann. Okay. Das ist schon ein Bild. Alles gut. Gib dir einen Code ein. Äh, warte, stopp, stopp, stopp. Bevor du das Ding jetzt startest, lass mich den Code nachgucken. Nein, hey, stopp. Wir wollen kein bisschen viel spenden. Entschuldige, was? Ja. Cool. Ähm, muss das mich mal... Kontrollpunkt hoch, kurz da. East 2, 5, 3, 4, 5. Okay. Wo gibt man das jetzt noch gleich ein? In der Zentralstation hier? Äh, nein. 5, 3, 4, 5, 5, 3, 4, 5. Ach, hier vorne einfach? Ah, okay. 5, 3, 4, 5. Okay. Sehr gut. Ja, kein Begrüßungskomitee finde ich per se schon mal gut. Oh, nicht mehr zurück finde ich per se schon mal schlecht. Ja, die Fenster am Auge ist gut. Haha. Ich sollte mir halt nicht mit Vollgas hier reinreiten, sondern mal ein bisschen vorsichtiger sein. WLF. Verstehe. Ah, klar. Big Brain Gruppe. Äh, gibt Sinn. Ja, ist aber irgendwie trotzdem, naja. Schwachsinn. Ja, guck, da hatten sie ja einen Ausguckort und sowas. Also irgendwie, entweder ist das hier verlassen. Siehst du das? Man infiziert das gerade über den Zaun. Ach, das heißt, wir können auf diese Weise rein. Müssten wir nicht Schüsse hören? Wollte gerade sagen. Das heißt aber auch, dass da wirklich offensichtlich niemand ist. Weil wenn hier schon infiziert auf den Straßen rumlauft. Äh, läuft. Dann ist hier definitiv keiner von der WLF. Weil die hätten die Straßen gecleared. Sonst, also das, ne? Selbst wenn sie sich sonst wo verschanzt haben. Diese Straßen hier hinter dem Tor hätten die gecleared. Das heißt, irgendwas ist hier weird. Okay, ich guck mich jetzt mal ein bisschen um. Da kann ich nicht rein. Ne. Komplett zugewuchert. Okay. Da oben ist wieder ein Generator. Ah, East 1. Ja gut, okay, den brauchen wir gleich probieren. Ich nehm an, der wird nicht funktionieren. Ja, wobei. Warte mal. Hast du einen Code für das Tor? Ja. Weiß nicht. Ja doch, oder? Müsste ich doch haben. Ist doch locker hier mit drin. Oh, ne. Nein. Kein Code für das hier. Na ja, 4, 3, 1, 9 maybe. Okay, gut, dann müssen wir den uns das besorgen. Shit. Dann gehen wir da rein. Ich hoffe mal, da drin sind nicht allzu viele Infizierte. Ich hab keinen Bock, das bisschen Restmonition, was wir noch haben, zu verbrauchen. Da vorne ist einer. Das ist der, den wir gesehen haben. Vielleicht hat uns die gute WLF ja ein bisschen Munition übrig gelassen, Leute. Was meint ihr? Das wär doch mal ein nettes Willkommensgeschenk, oder? Wieso hab ich schon mit dem Revolver in der Hand? Ich mag den Revolver nicht. Der schießt so langsam. Den Revolver müsste ich mal die Schussfrequenz erhöhen. Wenn wir die nächste Werkbank finden, guck ich mir das mal an, was ich da machen kann. Weil wir haben mit Leute schon wieder einiges in Teilen gesammelt. Da sollte ein bisschen was gehen, denke ich. Okay, hier ist jetzt nicht so viel los. Was ist denn der Drecksack jetzt hin? Der wachscht uns doch locker gleich. Oh, ich hör schon was. Wie kann ich eigentlich die Schulter wechseln? Keine Ahnung. Weißt du, die Kamera geht die ganze über die rechte Schulter. Ich hätt ganz gerne mal jetzt über die linke, weil ich hier auf der anderen Seite stehe gerade. Das sind zwei, oder? Oh Gott, ich hab ein Tier direkt um die Ecke. Ich bin ganz schön schnell unterwegs. Das sind sogar drei. Leck mich doch fett, ey. Also der eine hier ist so einzeln, den können wir auf jeden Fall holen. Ganz schön flott unterwegs, der Kerl hier. Ganz schön flott unterwegs. Oh, 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 oh. Nein. Wo? Warum? Da vorn. Oh, das sind zwei. Ja, moin. Gut zu null. Gut zu fucking null. We got a problem. Ich seh halt überhaupt nichts. Müssen wir die Kampel anbauen. Oh, hi. Kannst auch direkt haben. Komm, bring den um. Und dann den nächsten. Der ist doch auch fast tot. Ja. Junge, mein Leben. Alter. Das war das. Ey, wenn da ein Clicker dabei gewesen wäre, wir wären so fucked gewesen, Leute. Aber wie hat der mich bitte von da hinten aus gesehen? Ich meine, es war halt wieder scheiße dunkel. Ich konnte halt nicht sehen, wo die sind und wo die hingucken. Das ist halt wieder mega abfuck. Und ich konnte das Licht ja nicht anmachen. Die hätten mich ja gesehen. Und daher mega dumm. Wieso habe ich so viele Lumpen, Alter? Ernst doch, was soll ich denn damit? Ja, dann stellt halt noch Medikit her. Ups. Aber ich brauche mal mehr Alkohol. Was soll die Scheiße? Das ist ja vollkommen krass. Ja, ähm. Das war dumm, dass er mich gesehen hat. Schon wieder voll? Hä? Hä? Was? Alter. WTF, Mann. Das fand ich jetzt echt nicht so geil gerade. Und wo? Ach, da ist ein Loch in der Wand gewesen. Ja, moin, Alter. Ja. Ah, danke. Das habe ich halt echt nicht gesehen. Shit. Was ist das denn für eine komische Flasche? Was ist das und was mache ich damit? Ach, damit mache ich die Dinger hier. Ja, gut. Shit, die hätte ich mal nutzen können, ne? Die hätte ich da hinten reinwerfen können. Ach, Mann. Ja, ich sollte generell mal gucken, dass ich die Items ein bisschen besser nutze, glaube ich. Ich hätte auch Molotow da draufwerfen können. Das wäre auch klüger gewesen, ne? Ja, ich bin damit immer so ein bisschen sparsam. Okay, das war's schon. Nein. Oh, oh mein Gott. Sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Aha. Also doch noch WTF-Jungs hier. Ja, gut. Den kann ich da rausholen. Oh, das war aus dem Stimm-Nahkampfangriff, oder? Ja. Geil. Auch ein neuer. Oh. Ja, offensichtlich. Hm. Das heißt auf jeden Fall, dass irgendwie von der WLF noch jemand hier ist, ja? Oh, die hatten hier ein ziemlich großes Lager, ha? Ah, die ganzen Waffenschränke leider leer. Aber noch ein paar Teile. Das ist gut. Ich bräuchte halt mal wieder eine Werkbank, tatsächlich. Die letzte ist schon wieder ein bisschen her. Und zwar eine ganz schöne Menge. Nicht schlecht. Das sollten wir einfach auf Reserver schon mal und könntest du mitnehmen, oder? Kann doch nicht schaden. Die Putzkammer. Okay. Achso, das war gleich gerade schon. Okay. Hm. Was haben wir hier? Oh, noch mehr davon. Wow. Alter, wie viel haben die denn? Stark. Kein Wunder, dass die das holen wollten. Nachvollziehbar. Aber wo ist der ganze Rest? Sind die dann irgendwo anders hin? Muss ja eigentlich, ne? Die sind dann irgendwie... ...ausgewandert, abgezogen. Wie auch immer. Aber warum? Die hatten doch eigentlich einen ganz guten Standpunkt, ne? Hinter Toren und so weiter. Nee, das ist eine Riesengruppe scheinbar. Und wenn die so ein großes Gebiet hier kontrollieren konnten. Eieiei. Da hat ein bisschen ein Last of Us 1, ne? Aber auch irgendwann ein Hotel durchsucht. Ich hoffe, das war... ...die, ne? Okay. Irgendjemand anders mag diese Gruppe offensichtlich auch nicht besonders. Natürlich! Was? Klar! Niemals. Er war es bestimmt. Das ist einer von Joels Mördern. Natürlich, Tommy. Logisch. Den habe ich ganz vergessen gerade. Wow, Respekt, dass der bis hier durchgekommen ist. Hier drüben ist noch jemand. Auf der lässt Abby für uns übrig. Oh. Ach, das ist East Coast. Dingsbums. Den kenne ich nicht. Er hat sie gegeneinander ausgespielt. Wie? Joel hat mir davon erzählt. Hm. Hm. Sonst wird's hässlich. Ja. Hm. Ost 1. Noch ein Tor-Code? Sieht so aus. Die Methode hat Joel auch schon mal angewandt, aber links ein bisschen in leicht abgeänderter Version. Das ist ganz frisch, Al. Er kann noch nicht weit sein. Ja. Immerhin, Respekt, dass der es hier bisher allein durchgeschafft hat, ne? Also, meine Güte. Der hat ganz schön was drauf, der Gute. Na los. Wie lange geht das raus? Vielleicht holen wir Tommy ein. Ja. Ja. Ja, müssten wir so langsam mal, ne? Wobei, so lange wie ich mich da unten auf der Ebene aufgehalten habe, wer weiß. Oh, wow. Jemand, der ist stärker. Alter, diese Scheiße. Diese Scheißdücher, Mann. Die Lappen. Allett voll davon. Was ist denn Inflation, ey? Äh, da runter? Ist ganz schön... Ah, okay, da ist ein Truck. Ich würde sagen, ist ganz schön hoch, aber passt. Äh, ja. Wo ist eigentlich unser Pferd? Schimmer? Ah, da hinten. Du sagtest ja, Tommy hat so einiges getan, aber... Scheiße. Ich weiß. Alles in Ordnung? Schön war's nicht. Du darfst nicht schlecht von Tommy denken. Ellie, wären die Mörder meiner Schwester vor mir an einen Stuhl gefesselt. Ich hätte Schlimmeres getan. Kapiert. Jep. Äh, wo war das Tor noch gleich? Da hinten, ne? Ist doch noch Scheißwetter hier, ne? Super. Ganz angenehm. Okay. Natürlich habe ich mir den Code nicht gemerkt. Ich hoffe, man hat es aufgeschrieben. Äh, achso, ja, aber auf die Karte, glaube ich, ne? Äh, nein. Scheiße. Bitte sagt mir, ihr seid nicht aufgeschrieben. Ansonsten muss ich jetzt den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Komm schon. Wir sehen uns gleich wieder, Leute. Aber warte mal, vielleicht macht es sich ja automatisch. Vielleicht brauche ich den Code gar nicht. Ah, sehr gut. Ich bin jetzt echt beinahe zurückgelaufen. Ich bin jetzt echt beinahe zurückgelaufen. Ich bin jetzt Eastern. Ich bin jetzt echt beinaheなら. Untertitelung des ZDF, 2020